Was sind eigentlich Datenmanagementpläne? Für manche ist ein Datenmanagementplan vielleicht nur ein weiteres nerviges Dokument, was ich einreichen muss, wenn ich meine Forschungsförderung beantrage. Aber eigentlich ist ein Datenmanagementplan ein lebendes Dokument, was mich durch den gesamten Forschungsprozess begleitet und im Endeffekt viel Arbeit, Zeit und Nerven sparen kann. Der Datenmanagementplan wird am Anfang des Projektes erstellt, also noch bevor ich anfange, die Daten zu erheben, und skizziert den kurzfristigen und auch langfristigen Umgang mit allen Daten, die im Forschungsprojekt anfallen. Und dann wird der Plan aber nicht irgendwo in eine Schublade gelegt, sondern er wird immer wieder hervorgeholt und aktualisiert und angepasst. Aber was steht jetzt eigentlich drin in dem Datenmanagementplan? Als erstes überlege ich mir, was für Daten überhaupt anfallen. Habe ich zum Beispiel existierende Daten, die ich nachnutze, oder generiere ich eigene Daten? Was für Daten sind das eigentlich? Welche Datentypen? Habe ich Bilddaten oder habe ich Messdaten? Und in welchen Formaten liegen die vor und in welchem Umfang erwarte ich die Daten? Dann überlege ich mir, wo liegen die Daten eigentlich? Wer muss Zugriff auf die Daten haben und wie ist das geregelt? Und wie ist eigentlich meine Backup-Strategie? Dann überlege ich mir noch, wie die Daten eigentlich erfasst und dokumentiert werden. Welche Metadaten erfasse ich und kann ich Metadaten-Standards nutzen? Und wie sichere ich eigentlich die Qualitätskontrolle? Dann mache ich mir auch noch Gedanken darüber, welche Daten einen langfristigen Wert haben und wie und wo sie langzeitarchiviert werden können und ob ich Daten habe, die ich veröffentliche und wo und wie. Und bei dem Ganzen denke ich noch darüber nach, ob es ethische und rechtliche Aspekte gibt, die ich beachten muss. Also habe ich zum Beispiel personenbezogene Daten. Dann muss ich rechtliche Dinge beachten. Und wenn ich das alles habe, dann lege ich noch konkrete Verantwortlichkeiten fest. Also wer ist zum Beispiel dafür verantwortlich, dass die Backup-Strategie eingehalten wird? Und was brauche ich eigentlich dafür? Brauche ich Hardware, brauche ich Software, brauche ich technischen Support oder Training? Und was kostet das alles? So kann ich dann einmal wirklich schauen, wie viel Geld ich einplanen muss für die Daten, für das Datenmanagement. Und das klingt jetzt alles erstmal super viel, aber das Gute ist, dass man nicht mit einem weißen Blatt Papier anfangen muss. Sondern es gibt von verschiedenen Forschungsförderern gibt es Templates und Fragenkataloge, die ich nutzen kann. Und es gibt auch verschiedene Tools, die dabei helfen. ZBMed bietet zum Beispiel ADM Overlife an. Das ist ein Tool, was hilft, Datenmanagementpläne zu erstellen und zu verwalten.